Alles klar heute, es wird Zeit für den nächsten Iris-Stein und zwar hier bei Tales of Zest, hier, ja, äh, ja, aber sonst wieder etwas zu diskutieren, nö, okay, dann gehen wir los und ich glaube sogar, Freunde, es ist einer der letzten Iris-Steine hier im Spiel. Und zwar ist es ein Grüner und da geht es, ja, was in seiner Familie, äh, es ist beinahe wie ein Fluch, äh, okay. Und zwar ist es, ja, was in seiner Familie, äh, okay. Was hat da da? ...eine Mutter... ...neine Mutter... ...eine Mutter... ...sehbar... ...aber es... ...sieh... ...eine Mutter... ...hebohle... ...eine Mutter... ...hebohle... 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 Eine sehr gute Frage... Was ist das gerade von der Szene? Ähm... Okay, machen wir weiter... Ausrüssen... ...und ganz kurz mal aufs Genang... ...schauen wir uns so haben... ...ich glaube ich habe nicht so viel verändert... ...mach ganz kurz durchgehen... ...dass wir uns mal ein bisschen angucken... ...wieder... ...hm... ...ansonsten... ...und durch Sagen... ...legen wir natürlich... ...wie gewohnt weiter... ...und äh... ...jo... ...hat ich sonst auch... ...suche noch die letzten... ...Irischteine... ...und vielleicht sogar noch das... ...eine oder andere... ...bezüglich halt... ...herrschendes Landes... ...und so weiter... ...weil ich habe mir da sagen lassen... ...das ist einfach ganz wichtig... ...vor allem auch... ...bezüglich den weiteren... ...mystischen Arten... ...für unsere Kameraden... ...unter anderem sogar noch... ...so durch den man halt... ...zweit ausführen kann... ...alsprich irgendwie... ...Soway... ...und Rose... ...so wenn man halt auf Google... ...nachguckt zum Beispiel... ...oder irgendwie... ...und anderen Suchmaschinen... ...benutzt dann... ...findet man auch mal... ...schnell noch... ...mystische Arte... ...von den beiden... ...in Kombination... ...ohja... ...so... ...und wenn er in der Lage ist... ...und wenn er in der Lage ist... ...menschlichkeit in sich trägt... ...ne gute Frage... ...okay... ...das ist was noch hier drin... ...und dann ganz kurz gucken... ...wegen halt... ...den Steinen... ...also... ...was auch mal erwähnt... ...au... ...von wegen... ...und dann irgendwie... ...5, 6 oder so... ...das stimmt... ...so weit gesehen... ...mal gar nicht... ...ich glaub für... ...Rote gibt's insgesamt... ...6 Stücke... ...da ist einer... ...fehlend noch... ...grüne gibt's echt... ...nur 3... ...gelbe nur 3... ...und violette nur 2... ...das könnte sogar aufgehen... ...Freunde... ...das heisst... ...wenn mal ganz kurz... ...öö... ...zählst mal ganz kurz durch... ...1... ...zwei... ...drei... ...vier... ...fünf... ...sechs... ...sieben... ...neun... ...zehn... ...elf... ...zwölf... ...hmm... ...ah... ...aarmen... ...ich halt verzählt... ...1, 2, 3, 4, 5, 6... ...7... ...ach... ...9, 10, 11, 12... ...hmm... ...gut... ...äh... ...und es fehlen auch noch 3 Stück... ...3 Steine fehlen uns noch... ...wenn es gibt... ...offenbar insgesamt 15... ...also nicht... ...ich nicht ganz... ...es gibt 15 die wir finden können... ...und 16... ...kriegen wir später... ...jo... ...also noch 3 Steine finden... ...ich denke natürlich... ...mit Rose als Unterstützung... ...kriegen wir die relativ schnell zusammen... ...und wer weiss... ...hober dann sogar schon mal Part 90... ...ne mal richtig loslegen können... ...eine mal... ...die angeb Jerka... ...sack Howes erred... ...kriegen wir die sanung... ...gweil einfach mal... ... struck a und schwanker... ...anhay... ...schotter... ...aggar zu sein... ...kriegen wir die mitzuna... ...tam... ...dokale... ...kriegen wir die Welt... ...dokale... ...kriegen wir sie... ...gweil wח jazz... ...dokale... ...dokale... ...de... ...eine... Ich habe das Gefühl, dass mein Herz erinnert. Der Mann hat sich in den Erinnerungen gesagt, dass er in der Welt gegründet wurde. Das ist vielleicht der Grund. Was ist das? 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 Was ist das, Simon? Ich habe das Gefühl, dass er nicht nur den Verwalt mit dem Verwalt mit dem Verwalt. Der Versuch ist der Verwalt. Das ist der Grund. Auch wenn er das Verwalt mit dem Verwalt mit dem Verwalt mit dem Verwalt mit dem Verwalt war, war der Glutes, der Wacht, der Opa. Der Schöne, der Schöne, der Schöne, der Schöne, ich denke, es ist ein großes Problem, oder? Ja. Und dann, die Selgei mit dem Verwalt. Oh, ich verstehe. So ist es, Freunde, so ist es. Es gibt alle Sorten von Menschen. Das ist leider immer so, ist leider überall so. Ja, ich sage jetzt leider. Das ist natürlich auch unterschiedlich, aber das ist halt, ja, mein Gott, wie willst du das irgendwie klüger bezeichnen? Ich meine, dass Menschen nicht alle in eine Schublade stecken, kann es natürlich auch gut. Andererseits, andererseits, andererseits halt, wenn es halt auch unberechenbar ist, wie jetzt zum Beispiel, ist es halt auch schwierig, darauf zu reagieren. Dann hat er auch die eigenen Erfahrungen daraus, irgendwie für sich selbst irgendwie einen Schluss zu ziehen und so. Hm. Okay. Trotzdem frage ich mich gerade, wo zum Henker ist eigentlich unsere liebe Katze? Die fehlt mir nicht echt hier irgendwie. Die müssen doch irgendwo sein, von wegen herrschendes Landes und so weiter. Sie hat gesagt, ja, ich mache das jetzt, das ist kein Problem. Aber, äh, wo ist die Gute? Und die wird es wohl kaum sein. Naja, egal. Wo ist das noch irgendwas, etwas Neues? Ja, wir haben Srauben. Sind wir bereits hier, war? Hm, wir haben gar nicht mehr so viel. Der Treckel-Gelion. Okay, der wohl den nächsten. Ihre Stein, um den würden wir gerne den Schluss dieser Parts kümmern. Äh, erstmal die Information, war, die Informationsblasen zumindest mal machen. Laster im Bett, also gut. Oder, äh, eventuell gut. Mal gucken, wie gut. Du, 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 du. Dadurch geht es ja auch nicht. Hm. Kann ich hier noch irgendetwas? Oder ist es auch nur just for fun? Na, Quatsch. Mit denen können wir ja mal, aber wenn es sonst nichts gibt... Wird das wohl ein kurzes Vergnügen werden, wa? Naja. Hä? Wo? Bildnis von Heldalf. Was ist deine menschliche Form? Hauptmann Heldalf. Was ist die Frau der Kanzel? Die Frau ist die Frau der Kanzel? Was ist das wirklich? Ich weiß nicht. Wir haben nur die Heldalfa gesehen, weil wir nicht nur die Heldalfa gesehen haben. Aber Laila hat gesagt, dass die Frau der Kanzel ist, dass die Frau der Kanzel der Kanzel-Kanzel wissen. Die Frau aus dem Heldalfa kam dann, war das Heldalfa. Ich glaube, dass wir so für die Kanzel-Kanzel denken, wie es ein ganzes Mensch ist. Ich verstehe. Ich bin einig. Oh, das ist ein schönes Junge. Ja, das ist mein Vater. Ich bin seit 20 Jahren. Ich war der erste Kunde. Das bedeutet, dass Selge ist, dasselge zu sein, oder? Das ist gut. Ich habe nur gedacht. Tja... Und Simon ist ja ein Seraphim... Hm... Nur hat irgendjemand überlegt... Ne, das kann nicht sein... Weil eben... Bezugsbezüglich halt... Simon noch... Und Seraphim... Und Leila... Und Zoe als Grossvater... Kennen sich ja auch... Und auf dem Weg... Ja... Fehler von früher... Und dann wegen dem letzten Hirten... Etc... Etc... Wohl alle ja nix sagen darf... Ach... Mir kann nur grad irgendeinen Gedanken... Vielleicht... Sind ja Heldalp und Zoe miteinander verwandt... Vater... Grossvater... Wer weiss... Äh... Warst du schon mal hier oben? Wir haben ein bisschen neu aus für mich... Scheinmal waren wir hier schon... Hm... Wo? Das war Geld von... Ich dachte nur grad... Von irgendeinem Haupttisch... Ich so... Wo jetzt? Ist ja das Geld? Aber ja... Es ist halt... Die gute... Alte... Etna... Ähm... Wir müssen umgucken... Ich glaub hier ist echt nix mehr... Was ist mein ganz netzig Katz abgeblieben? Hm... Das kann hier wohl irgendwie nicht richtig sein... Ähm... Nicht sein... Nicht sein... Nicht schein... Ja gut... Ähm... Haben wir noch etwas... Sprich normale Gegenstände zum Kaufen... Dann haben wir schon alle... Dann haben wir noch ein bisschen Gummi... Aber... Gib mir ein Gummi... Gib mir ein Gummi... Verschmelzen... Aber nix mehr... Der ausgerüstere Brecher auch schon... Und den Rest jetzt mal wieder mal verkaufen... Und den Rest jetzt mal wieder mal verkaufen... Und wieder mal ein freieres Inventar... Daaa... Lalalalala... So... Gleich haben wir's... Alter... Was denn für cool zusammengekommt... Ey... Ja... Jetzt dann Goldschluss... Und den halt... Goldtouren haben wir garantiert... Keine Probleme mit dem Geld... Never ever... Ja... Also äh... Wo jetzt die Katz abgeblieben ist... Keine Ahnung... Wenn wir noch einen Priester finden müssen... Dann Halleluja... Tja... Ja... Das Land... Das Land ist dagegen... Morgrim... Ja... Das stimmt ja... Aber ähm... Wo zum Henkel... Ist die Katze? Ja... Gucken wir mal zurück nach Lastonbelra... Äh... Man muss tun... Naja... Ich glaube wir waren schon lange nicht mal hier... Kann das sein? Ja... Ich glaube schon sehr lange nicht mehr... Du 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 du... Wow... Ist im Kreisverkehr... Hm... Das war eine neue Quest für uns... Lange Lauf sein... Wir sind ja also verübeln... Mh... Mh... Ja... 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 Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ich glaube ich... Ich habe diesen... Gast... Hast du auch noch nie... Nö... Der Sparerpunkt ist neu... Ich war noch gar nicht drin... Alter... Wir haben damals gezockt... Ich habe so... Hush... Hush... Schnell... Schnell rein... Oh... Mann oh man... So... Dann noch ganz kurz... Was gibt es hier... Saugurken... Äh... Eigentlich schon... Aber... Mange Tomaten... Ne... Warme Tomaten... Schält sich die Haut immer so... Ekelig ab... Kalt kein Problem... War warm... Äh... Ich nehme wieder mal... Mabuküre Brötchen... Jaja... Ja... So viel dazu... Von wegen... Morgen... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ein schwacher Juma... Jo... Muss ich gar nichts machen... Ich weiß nicht... Juma... Ey... Was machen denn da gerade... Alter... Was sie vom Feuersturm losgetreten hat... Was? Was ist das? Hhhhhh! Die Oka-Masche! Die Oka-Masche! Die Oka-Masche! Die Oka-Masche! Ernsthaft? Habe ich ihn gerade echt laufen lassen? Passt das? Yo! Gehen sie zurück! Ähhhhh, sind etwas nicht, ja. Ja, wo ist er hin? Hä? Ok, ne der kleine Kamille, schön. Wo ist er hin? Immerhin! Das Stadt wird wohl kaum geflüchtet sein. Ich habe ihn gesehen. Aber... Sie haben einen Freund, oder? Ehhhhh... sehr wassniere ein Datergarten schon vom Weg, ne ich komme gar nicht raus. Da ist eine Stadt drinnen. Plötzlich gehe ich raus. Okay... Ja, ich weiss. Vielleicht spreche ich ein bisschen super hastig aber ich glaube nicht, dass es ein Problem sein wird. Brutwolf, oh, der ist schon ein anderes Kaliber, wobei trotzdem kein Problem. Äh, enden aber. Alter, leider, wie er vorab geht's. Naja, mach das hier bitte, Mania 2. Gleich ist es vorbei, Kristallturm! Spamming for the win! So wird er zu. Wack, ich weiß, was ihr das? Möich, meine Mutter auch gesagt, wie ein Gebrätsch bist. Wack, du hast es, was ihr? Ja, ich weiß, was ihr nicht. Ja, ich habe es, was ihr Gebrätsch bist. Ich habe mich und Wack, dass ich mich sehr, sehr, sehr verletzt. Wack wurde ein sehr gefährliches Gebrätsch. Ich wurde die Stadt, die Menschen, die Menschen haben. Ich habe Angst, dass ich mich für meine Mutter helfen konnte. Aber ich habe mich für meine Mutter geholfen. Du bist okay. Du kannst dich nicht mehr sehen. Das ist wirklich? Das war gut. Der Seind? Ich habe mich mit Hjöhmann gefühlt. Ich habe mich mit Hjöhmann gefühlt. Ich habe mich mit Hjöhmann gehört. Der Koeil? Der Koeil? Der Koeil? Der Koeil? Der Koeil? Jetzt? Margarit... Wenn ich nicht wegfangen, wäre das nicht so. Margarit... Ich habe nur ein paar Mal gesagt, dass der Koeil ist. Er hat sich die Frage an, die Koeilung zu verabschieden. Ja, als die Koeilung der Koeilung durch die Koeilung zu verabschieden, hat sich die Koeilung zu verabschieden. Sie haben, die Koeilung zu verabschieden, dass sie sich gegen die Verwachtung zu verabschieden. Hat sich das Koeilung zu verabschieden, als sie die Kinder zu verabschieden. Das war dann, dass sie die Stadt auswählen. Dass sie sich nicht mehr aufschieden. Das war's für heute. Ich habe mir gedacht, dass es gut sein kann. Aber ich glaube, dass es nicht so ist. Es ist ein ganz anderes世界, bevor und später sehen. Ich denke, dass es ein schlechtes Teil sein kann. Ich glaube, dass es sich nicht so ist. Es ist egal, ob es sich selbst entscheiden, oder? Es ist egal, dass die Werte und den Wert der Werte. Aber die Werte ist ein Werteil. Wir leben in den verschiedenen Welt. Man und der Welt ist schwierig. Das ist eine große Grund, was man. Man und man auch. Es ist wichtig, dass man die Werte und die Werte des anderen Werte. Genau, man kann man so nicht wie man sich selbst. Der Segen wurde wieder hergestellt, zu einem ziemlich hohen Preis, wie ich finde. Ich meine, wir haben sie doch erlöst, wir haben sie geläutert, dort sind die Beine gestorben, ein Kind und ihr Hund, Alter wie traurig. Äh, ja, äh, oh gut, neuen Segen herrscht aus Landes, wenn es so weitergeht und bald alle zusammen war. Also immerhin, es läuft schon, wir kommen voran, aber das ist von dem ja schon, hm. Ich habe echt das Gefühl, es ist eines der düsteren Spiele der Tales of Saga. Oder mein Symphonia hat auch was düsteres, keine Frage, aber hier ist irgendwie, naja. Irgendwie halt trotzdem anders, so, das ist ein Stein für uns. Ja, und die hohe jetzt einfach da oben, die braucht kein Medium, nix, Alter. Am Anfang war es echt so schwierig, da mit dem herrscht aus Landes, wegen, ja, wir brauchen Menschen, die uns zu uns bieten, oder wir brauchen noch irgendwie, äh, das um das Land zu segnen, und so weisst du, dann sind sie auf ihm alleine reichlich, momentan, ja, ich mach das schon, wahr, kein Problem. Was hast du noch, äh, 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 das gleiche, aber. Jo, dankeschön, sorry. Gut, dann geben wir noch ganz kurz, äh, gibt noch zwei, drei andere Punkte, äh, 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 aber vorher genau, wenn ich noch ganz kurz anklicken möchte, und dann werden wir halt in der nächsten Folge, jetzt wird auch die Suche beginnen, Freunde. Hm, aber denke ich generell, dass wir jetzt hier, dass uns das Ziel setzen, wegen, alle Irresteine zu finden, eben, es werden noch drei Stück, halte ich mir noch locker, dann auch überall ein Segel herzustellen, ähm, ist nicht mehr so fern wie auch schon, aber ich glaube, das ist durchaus machbar, und als Let's Play grandios in Länge zu strecken, Wo? 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 Wo war ich mit Mardoran? Ich sagte nur, dass du das nicht glaubst. Ich sage mir was, aber du glaubst. Ich habe dich so richtig. Du bist das Mann, oder? Du bist das Mann? Ich fühle mich nicht so. Aber dieses Mann ist nur so, dass ich nicht so viel zu können. Er hat sich sehr gut gemacht. Ah, aber es ist es, dass ich mich nicht so einfach vertreten. Ich glaube, dass ich mich nicht so vertreten kann. Ich weiß es, dass ich mich nicht so vertreten. Aber ich habe auch Fragen auf die Fragen, weil ich mich nicht so vertreten. Wie ist das? Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein Mann von Rollans und der Mannschaft mit den Hylund. Ich habe mich mit dem Maltrand aufgetrunken. Das war die Maltrand der Maltrand von der Valkyrie-Valkirie-Valkirie. Ich bin ein Mann von der Mannschaft, die eine Frau verletzt. Und dann wurde ich auf einmal flieg. Ich bin nicht in der Tat und nicht aufhört. Aber ich bin nur damit, dass es dir ist. Was ich im Leben? Wie plötzlich… Ich bin auf der Tat, dass der Tat herrschlag anst. Ich habe ihn mit der Togge-Kindel-Kindel-Kindel-Kindel-Kindel-Kindel-Kindel. Hjohmann? Ich habe mich wirklich gesehen. Maltran wird verletzt. Aber... er ist jetzt auch noch ein Leben. Ich glaube, ich glaube. Danke. Du bist ein eigener Mensch. Soll das? Das klingt immer verrückter, Freunde. Und natürlich auch noch um Opa, vielleicht zuerst mal die zwei, plus dann das noch und so. Wir werden mal gucken. Das Ziel momentan ist so Level, äh Level sage ich schon, ne nicht Level, das wäre ein bisschen zu hoch gesteckt. Aber so mit paar 90, dass wir dann hier sicher überall fertig sind und bereits mit der grossen Story um die Erdgeschichtsteine und so weiter vorwärts kommen. Das will ich alle bereits zusammen haben und dann weiter gucken. Jo, das im Sinne nochmal. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge mit Maltrans Vergangenheit. Oha. Bis dahin. Tschüss.